Ja, bitte mal Backe, oder? So, ich geh mal aufs Floß zurück Ich auch Ich geh mal da ganz rauf, ich möchte mal ganz rauf Aber Indo muss mir helfen Warum? Ich hab kein Sperr mehr So, ein wenig ein Haar, gell? Mhm Ich mein, ich überleb's vielleicht, ihr bist dahin, aber das kann ich gar nicht Ich dachte eigentlich, ich wär in den Schildkröten So, wie komm ich da jetzt wieder runter, ohne dass ich abstürz? Lost wer ohne Dings Ich hatte ja, Xindl Ja Lost wer sich zu wenig macht Nächstes Mal geh ich dann wieder Tiefsee erforschen Ihr geht's dann hoch und ich mach den Tiefsee Oder ich geh hoch und ihr macht's Tiefsee Okay, da braucht man Metallbahn Wofür dann? Für die Schere Ja, natürlich Ja, klar Schere, Metall Aber ich werd mir jetzt nochmal einen neuen Sperr machen Da werd ich eine Schere machen, die kann dann irgendeiner von euch haben Weil ich hab jetzt schon so viele Sachen Neue Sperma? Was? Ja, neue Sperma Ich hab jetzt nicht drüber, was du gesagt hast, wenn ich helfen Hast du zugesagt? Dass ich neue Sperma brauch Oh, neue Kisten Ja, das auch Warzenschweinkopf hat, wer wegkommt Ja, ich Brauchen wir die? Mann So, ähm Ich glaub's hat er mehr Schutz eigentlich, wenn man so einen Kopf auf hat Nein, glaub ich nicht Steht als Erinnerung Topper Okay Also es gibt, es gibt Rüstung Aber halt, das ist es nicht So, jetzt hab ich Übersicht verloren, wo das los ist, ah dahinten Los, wer die Übersicht verliert Hab die Übersicht verloren, sagte er Schrott und Seil und Scharnier Warte, ich hab die Kisten solide, er haut da alles an Wer denn? Du? Ich? Ich hab gar nichts noch reingekaut Verdannes ganze, Stein, Federn Das ist, das ist meins von vorher noch, das ist das, was ich hatte, was ich dann nachher wieder aufnehme Also hast du reingekaut Ja Ja, aber Na, aber was? Ja, aber, aber Jetzt einfach scheißen Hast du schon Häusel hin Bord? Dann können wir gehen Wir brauchen echt Kisten, Burschen Ja, was brauch ich denn grad? Keine Kisten anscheinend So Eine Das Holz, was du da drinnen hast, was du genommen hast, das brauch ich Eine ist für Norbert Pigeon Daher Nice Okay, er hat Passt zu Alex, das Holz, hast du? Hab ich schon Alles verbracht, oder? Nein, hab ich Okay, passt, sehr gut Danke Ich sehe für die Öfen, dass ich die immer Schon wieder kein Wasser Jedes Mal, wenn ich da Wasser nehmen würde, ist kein Wasser mehr drin Ich hab nichts verbraucht dieses Mal Ich auch nicht Irgendwann muss Nein! Daneben Lass, also du hast den jetzt eh gekillt, okay Was denn? Na, weil ich hab halt mit den Metall Sachen Kann ich die halt one shoten, die tut's Wenn du triffst Ich hätte getroffen Hast du nicht Hast du nicht? Oh, einfach Er fickt meinen Kopf Dein Vogelkopf Der Metall Bahn und Bolzen bräuch So passt Auf Bolzen hab ich sogar zwei Ich hab schon alles Können wir weiterfangen? Wir haben nicht genug Jaja, von mir jetzt geht's Weil wir sollten das immer gleich machen, weil dann routen wir auch nehmbar Sind die Federn da richtig? In dem einen, oder? So, ich tu jetzt mal Ich tu jetzt mal Ich tu jetzt mal in die Essenskiste Bei Norbert leg dir das ganze Essen rein, was da so anfällt Bei Norbert muss man was Sortieren bei ihm Ja Alex hat jetzt eine große Kiste gebaut Und ich hätte gern Nein, bräuch ich eigentlich nicht Die Kiste, die du hast, die ist einfach mit der Metallkiste fertig Ich versuch auch ein bisschen zu schlichten jetzt Ein bisschen zu sortieren jetzt Jetzt haben wir da Jetzt haben wir ein paar Kisten Das heißt, du tust die Kleinen da quasi Die Kleinen leeren dann Da quasi Wenn sie leer werden, ja Okay Weil dann verwende ich sie dann dabei auch mit für mich Warte, jetzt mach ich ihm eh ne große und dann verwende ich schon alles wieder Daher Hat sich ausgezahlt, das Verstärkter zu bauen Oh, ich brauche unbedingt Essen Sollte genug drin und sein Ja So weil, ja Das Fleisch Das Fleisch Das heißt, ich brauche jetzt einfach nur Salzwasser hinten rein, oder was? Ja Ja, aber mehrmals Okay Da weißt du vielleicht, wenn wir wirklich so einen großen machen könnten, so einen Becher Wozu? Weil das größer ist Ist doch egal, dann gehst du So gehst du halt ein, zwei Mal hin und her Danke dir Also meinst du keinen Becher, so meinst du an der Flasche Ja genau, Flasche Also ich finde, dass ich nicht werde, ich nicht Oh, da hat schon wieder mehr Hühnerflügel draufgegeben Zum Grillen Hast du hier noch genug? Fuss Also rote Beeren habe ich auch noch, stimmt Seil und das geht echt gut voran mittlerweile muss ich sagen bei uns alex passiert oder norbert bot einer vielleicht eine schere zwischen den ganzen fisch verbracht wahrscheinlich was soll ich wieder angehen ja würde ich dann die machen irgendwo ein schildern vogel ich dachte du kannst nicht nehmen warum dachtest du das können wir noch seine kiste machen also so eine große kiste haben wir noch da hat er schon hundert kisten stehen dann ist ja so nicht einmal noch anderen kilden aber warum willst du noch eine kiste machen ich dachte die große ist übersichtlich du hast eine große durch eine große die drei sachen drin sind die werden gefüllt ich möchte eine eine fleischkiste machen und eine quasi aber du hast die kleine dann auch noch ja stimmt ich habe damals aber noch nicht da kann ich jetzt geboren kunststoff bolzen kleber und leiterplatte ich glaube und kunststoff also ich weiß nicht wer die haken da reingegeben hat aber es war zumindest nicht wenn man die verbraucht bis sie kaputt sind ich verbrauch meine kürzmann kürzmann habe ich liebe das spiel muss ich sagen sehr cool aber du hast da nichts gewässert deswegen können auch die bäume und so nicht wachsen das war wie wir gerade auf der insel angelegt haben danke mache ich dann gleich aber schon nur so nur dass du ihn rost so zu sagen das heißt tonschalen können wir auch schon gut machen oder muss ich damit noch aushalten aber das kostet nicht viel wo es nur liegt lieber katholik die habe ich auch bei mir war dann kann ich den safter schon bauen also wie gesagt die flossen habe ich jetzt die zahlen sich nicht so wirklich aus im moment also hatte ich die sind jetzt gleich kaputt ich haue weg um das ihr beschadet ist den wurf anker ja und die haarköpfe ja ja das war cool aber irgendwie stört er doch naja wir haben ja alleine wir brauchen jetzt nicht die ganze zeit zu ich brauche kunststoff marschall ab oder irgendwo ich habe einen reingeben kunststoff habe ich bei mir so so marschaller schau mal wo kopf was kopf aber er hat nichts am kopf achso meine blätter jetzt habe ich keines warzen schweinkopf braucht ihr na ich habe den vogelkopf auf weil wenn er wirklich funktioniert dann werde ich auch ein netzwerfer bauen als nächstes vielleicht ich lege dir halt normal alles was ich an es noch finde immer in diese kleine erste kiste ok wir müssen uns sowieso alles ein bisschen umdrehen und er schaut gleich an ich tue es gleich schlicht also du bist noch nicht fertig so warte ich noch was müssen wir hast du gesagt alles umplazieren weil jetzt steht der saft auch wieder irgendwo zum beispiel ich würde ich würde ich vorschlagen dass wir so ganz die ganzen küchensache und grill und so weiter bauen eine küche für norbert einfach ja genau das wäre nice mit würdigen platz wo man die kisten auch hin gibt und so wo haben wir die riesen muscheln eigentlich die habe ich glaube ich auch noch bei mir ja habe ich noch bei mir ich dir auch in einer metallkiste mal jawohl weil ich baue ein paar vogelnester wir dürfen dort halt in der nähe nicht soll dann legt ihr vielleicht eier ran danke merkel wir brauchen noch ein paar kisten ich habe zum beispiel keine für die ziele und so jetzt rechts ist eine insel jetzt mut die dings hast du schon gebaut ah da hinten steht er jetzt bin ich gespannt was man dafür braucht also irgendwer von euch wahrscheinlich der norbert trinkt immer ohne nachzufüllen weil ich fühle ihn nach eigentlich immer da ist es wieder komplett leer gewesen bei dem großen habe ich aber ich jetzt schon uhr lang nicht mehr scheiße der heirat er na das ist das salzwasser nein nein ich meinte salzwasser hinten nachfüllen ja eh achso nachfüllen ok na salzwasser wenn man trinkt kann man gleich wieder nachfüllen also wenn das hinten leer ist ja ich weiß es muss nicht immer leer werden du kannst probst du jetzt ehrlich was nein was hast du denn du das rezept brauchen wir stehen zweimal kokosnuss einmal mango einmal ananas wo hast du den zettang gegeben alex da steht wenn ich das rezept in der hand habe drücke oder halte die taste für sanftes drehen aber es tut sich nichts alex ja ach du hast die sachen weggegeben da 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 ist es was macht das tut sich aber nichts darf ich einmal probieren ja warte äh kann ich dir gleich sagen weil da eine batterie gehört ist ein batteriezeichen da guckst du batterie oh das heißt das können wir noch gar nicht machen ja dann nehmen sie die batterie da war von dem anderen ding da war da brauchen wir eh nicht schmoren gott die insel haben wir wieder verpasst wurscht ich schau gerade nicht zu bei dir aber wurscht ich habe jetzt auch nicht zugeschaut wurscht dann ist da dort ist auch da dann ziegel lege ich jetzt auch noch dort oben rein bei metall dann ist es nicht mehr keine Kartoffel was braucht man eigentlich für Nägel und Metallbahn dafür da braucht man eigentlich gar nicht zu viel muss ich sagen ja insgesamt ist das schon trotzdem viel aber weil wir das schon so groß gebaut haben ich hab gesagt für dieses äh Dings braucht man gar nicht so viel eigentlich aber wir wollen ja noch viel größer auch ich würde jetzt gerne mal dass wir da unser fundament fertig haben weil der Haar frisst halt die ganze Zeit weg aber ich würd's nicht verstärken ich würd halt na sicher würd ich so stärken aber für was brauchen wir im inneren zum Beispiel verstärkt das man warum innen also du das schön ausschaut ich red die kosten ja nichts die kosten eine blanke mehr darum geht's mir gar nicht eine ist eine mehr ich will diese Fundamentrüstung jetzt haben achso die kostet halt Metall genau aber die können wir bald machen also ich hab wir haben jetzt da wir haben jetzt da über 20 wir haben jetzt 34 Klassik ich nicht nein warum willst du warten bis wir größer sind wir können ja dann nach und nach immer nachbauen aber weißt du wenn du willst immer warten bis wir größer sind dann brauchen wir am Ende 150 Stück Metall statt dass wir das dann nach und nach machen weißt du was ich mein weil wir ihm nicht mehr so viele Gelegenheiten geben uns anzukaufen dann ist das auch nicht zu nervig finde ich persönlich halt benötigt ein Trinkglas Norbert da ist uviel rohes Fleisch bitte kochen sie hm Fischi ist schon weg das ist alles schon weg wieder ok koche ich gleich aber das Recht innen brauche ich nicht unbedingt damit ein verstärktes aber es schaut halt hübsch aus gut kann man dann immer noch machen wenn man die grundlegenden Sachen hat Insel voraus Trinkglas bin ich glas haben wir ein glas? schon wo? noch? ja wir haben wo haben wir mal wen gefunden sogar Stell dir vor das Spiel wird ja realistisch sein und äh das Feuer wird immer gelöstern wenn das Salzwasser überdreck geht ja brauchst du grad was oder was? ich tu den Ofen den ganze Zeit beherzen der Norbert glaubt ich schlaf später gibt es ja auch Titan und so habe ich gesehen gell ja boah es gibt es ja mal überhaupt noch nichts irgendwie gefunden ist der Entsafter jetzt? oder schon wieder dann hoher genau deswegen hätte ich halt gerne so versteckten da schau mal weil es reagiert halt keiner auf den Herr weil es reagiert halt keiner auf den Herr da habe ich die Pilze gefunden war das Zufall oder? in einer Höhle ah ok okay 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 Aber jetzt wo es geordnet ist, jetzt brauchst du nur noch auf den einen Knopf oben drücken und dann ordnet sich alles automatisch raus. Das ist einfach geil. Das hintere Becken ist nur aus Ziere, gell? Das kann man nicht füllen. Das hintere Becken, da musst du das reinfüllen. Deswegen sage ich ja, Norbert, ist das sicher, dass ich kann es nicht machen. Ich habe es vorne rein gefüllt. Du kannst vorne nichts reinfüllen. Vorne kommt das Richtige raus. Norbert, vorne trinkst du das Wasser. Irgendwie habe ich es richtig gemacht gehabt.